Aus dem Titelthema Die neue Weltunordnung des Rotary Magazins 3 2024 der Text Das gefährliche Warten auf Donald Trump von Graham T. Allison Die Welt bereitet sich auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump vor und es besteht die Gefahr, dass bis dahin nichts mehr vorangeht. In den zehn Jahren vor der großen Finanzkrise von 2008 wurde der Vorsitzende der Federal Reserve, Alan Greenspan, in Washington quasi zu einem Halbgott. Wie US-Senator John McCain, Republikaner aus Arizona, riet, ob er lebt oder tot ist, spielt keine Rolle. Wenn er tot ist, stützen Sie ihn einfach und setzen Sie ihm eine dunkle Brille auf. Während der zwei Jahrzehnte die Greenspan von 1987 bis 2006 den Vorsitz innehatte, spielte die Fed eine zentrale Rolle in einer Phase beschleunigten Wachstums der US-Wirtschaft. Berühmt wurde Greenspan unter anderem durch das, was die Finanzmärkte Fed-Put nannten. Ein Put ist ein Vertrag, der dem Inhaber das Recht gibt, einen Vermögenswert zu einem festen Preis bis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Während Greenspans Amtszeit kamen die Anleger zu der Überzeugung, dass wie riskant die neuen Produkte auch sein mochten, die die Finanzingenieure kreierten, das System im Falle eines Scheiterns darauf zählen konnte, dass Greenspans Fed zu Hilfe käme und eine Grenze definierte, unter die die Aktien nicht fallen durften. Die Wette ging auf. Als die Hypotheken besicherten Wertpapiere und Derivate der Wall Street zum Zusammenbruch von Lehman Brothers führten und damit die Finanzkrise von 2008 auslösten, die die große Rezession auslöste, griffen das US-Finanzministerium und die Fed ein, um ein Abgleiten der Wirtschaft in eine zweite große Depression zu verhindern. An diese Dynamik sollte man sich erinnern, wenn man bedenkt, welche Auswirkungen die US-Präsidentschaftswahlen 2024 bereits auf die Entscheidungen von Ländern in aller Welt haben. Die Staats- und Regierungschefs beginnen nun zu begreifen, dass in einem Jahr der ehemalige US-Präsident Donald Trump tatsächlich ins Weiße Haus zurückkehren könnte. Dementsprechend berücksichtigen einige ausländische Regierungen in ihren Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zunehmend das, was als Trump-Put bekannt werden könnte. Sie zögern Entscheidungen hinaus in der Erwartung, dass sie in einem Jahr bessere Abkommen mit Washington aushandeln können, weil Trump eine Untergrenze dafür festlegt, wie schlecht die Dinge für sie werden können. Andere hingegen suchen nach einer Art Trump-Hedge, Das heißt, sie analysieren, inwieweit sie nach Trumps Rückkehr wahrscheinlich schlechtere Optionen haben werden und bereiten sich entsprechend vor. Das Kalkül des russischen Präsidenten Wladimir Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine ist ein anschauliches Beispiel für das, was Trump vorhat. In den letzten Monaten, als sich vor Ort eine Paz-Situation abzeichnete, wurden Spekulationen über Putins Bereitschaft, den Krieg zu beenden, laut. Doch aufgrund des Trump-Put ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass der Krieg nächstes Jahr um diese Zeit immer noch wütet. Trotz des Interesses einiger Ukrainer an einem Waffenstillstand, weiß Putin, dass Trump versprochen hat, den Krieg an einem anderen Tag zu beenden. Mit Trumps Worten, ich würde dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky sagen, keine Hilfe mehr, ihr müsst einen Deal machen. Da die Chancen gut stehen, dass Trump in einem Jahr Bedingungen anbieten wird, die für Russland viel vorteilhafter sind als alles, was US-Präsident Joe Biden anbieten oder Zelensky heute akzeptieren würde, wird Putin warten. Die ukrainischen Verbündeten in Europa hingegen müssen sich auf eine neue Zeit einstellen. Während der Krieg ins dritte Jahr geht, haben die täglichen Bilder von Zerstörung und Tod, durch russische Luftangriffe und Artilleriefeuer die Illusionen der Europäer, in einer Welt zu leben, in der der Krieg obsolet geworden ist, erschüttert. Vorhersehbar hat dies zu einem Wiederaufleben der Begeisterung für das NATO-Bündnis und sein Rückgrat geführt, die Verpflichtung der USA, jedem angegriffenen Verbündeten zu Hilfe zu kommen. Doch mit den Berichten über Umfragen, die zeigen, dass Trump vor Biden liegt, wächst die Angst. Vor allem die Deutschen erinnern sich an die Schlussfolgerung der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel aus ihren schmerzhaften Begegnungen mit Trump. Sie sagte, wir müssen selber für unsere Zukunft kämpfen. Trump ist nicht der einzige US-amerikanische Regierungschef, der sich fragt, warum eine europäische Gemeinschaft mit der dreifachen Bevölkerung Russlands und einem Bruttoinlandsprodukt, das mehr als neunmal so groß ist wie das russische, weiterhin auf die Verteidigung durch Washington angewiesen ist. In einem oft zitierten Interview mit Jeffrey Goldberg, dem Chefredakteur von The Atlantic, warf US-Präsident Barack Obama 2016 den Europäern und anderen vor, Trittbrettfahrer zu sein. Aber Trump ist noch weitergegangen. Laut John Bolton, der damals Trumps nationaler Sicherheitsberater war, sagte Trump während eines Treffens im Jahr 2019, bei dem er ernsthaft über einen Austritt aus dem Bündnis nachdachte, ich pfeife auf die NATO. Zum Teil waren Trumps Drohungen ein Verhandlungsmanöver, um die europäischen Staaten zu zwingen, ihrer Verpflichtung nachzukommen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für ihre eigene Verteidigung auszugeben, aber nur zum Teil. Heute ruft Trump auf seiner Wahlkampf-Webseite dazu auf, den Zweck und die Mission der NATO grundlegend neu zu bewerten. Bei der Überlegung, wie viele Panzer- oder Artilleriegeschosse in die Ukraine geschickt werden sollen, halten einige Europäer nun inne und fragen sich, ob sie diese Waffen für ihre eigene Verteidigung brauchen könnten, falls Trump im November gewählt werden sollte. Die von Trump geweckten Erwartungen waren auch auf dem COP28-Klimagipfel in Dubai zu spüren. Die Teilnehmer unterzeichneten ein historisches Abkommen zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. In Wirklichkeit tun die Unterzeichner genau das Gegenteil. Die großen Produzenten und Verbraucher von Öl, Gas und Kohle erhöhen derzeit ihren Verbrauch an fossilen Brennstoffen und reduzieren ihn nicht. Darüber hinaus tätigen sie Investitionen, um dies auf unabsehbare Zeit zu tun. Der weltweit größte Ölproduzent die Vereinigten Staaten hat seine Produktion in den letzten zehn Jahren jährlich gesteigert und wird im Jahr 2023 einen neuen Produktionsrekord aufstellen. Der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen, Indien, feiert sein überragendes Wirtschaftswachstum, das von einem nationalen Energieprogramm angetrieben wird, dessen Kernstück die Kohle ist. Auf diesen fossilen Brennstoff entfallen drei Viertel der indischen Primärenergieproduktion. China ist der größte Produzent sowohl von grüner, erneuerbarer Energie, als auch von schwarzer, umweltschädlicher Kohle. Obwohl China im Jahr 2023 mehr Solarpaneele installiert hat, als die Vereinigten Staaten in den letzten fünf Jahrzehnten, baut es derzeit sechsmal so viele neue Kohlekraftwerke wie der Rest der Welt zusammen. Obwohl auf der COP28 viele Zusagen über Ziele für 2030 und darüber hinaus gemacht wurden, wurde den Versuchen, die Regierungen zu kostspieligen, unumkehrbaren Maßnahmen zu bewegen, widerstanden. Die Staats- und Regierungschefs wissen, dass sich solche Maßnahmen erübrigen werden, wenn Trump zurückkehrt und sein Wahlversprechen bohren, bohren, bohren umsetzt. Ein schlechter Witz, der auf der COP28 in den Bars die Runde machte, lautete, was ist der unausgesprochene Plan der COP28, um von fossilen Brennstoffen wegzukommen, so schnell wie möglich zu verbrennen. Eine zweite Amtszeit von Trump verspricht eine neue Welthandelsordnung oder Unordnung. An seinem ersten Tag im Amt im Jahr 2017 zog sich Trump aus dem Handelsabkommen Trans-Pacific Partnership TPP zurück. In den darauf folgenden Wochen wurden die Gespräche über ein europäisches Pendant und andere Freihandelsabkommen eingestellt. Unter Berufung auf die einseitige Befugnis, die Abschnitt 301 des Handelsgesetzes von 1974 der Exekutive einräumt, verhängte Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Einfuhren im Wert von 300 Milliarden Dollar. Zölle, die Biden weitgehend beibehalten hat. Wie der Handelsunterhändler der Trump-Administration Robert Lighthizer, den die Trump-Kampagne als ihren führenden Berater in diesen Fragen bezeichnet hat, in seinem kürzlich veröffentlichten Buch No Trade is Free, kein Handel ist frei, erklärt, würde eine zweite Amtszeit Trumps viel kühner ausfallen. Im aktuellen Wahlkampf bezeichnet sich Trump als Tariffman. Er verspricht, einen allgemeinen Zoll von 10 Prozent auf Einfuhren aus allen Ländern zu erheben und mit Ländern gleichzuziehen, die höhere Zölle auf amerikanische Waren erheben, und verspricht Auge um Auge, Zoll um Zoll. Der von Regierung Biden ausgehandelte Kooperationspakt mit den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums, das Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, wird nach Trumps Worten am ersten Tag tot sein. Für Lighthizer ist China der tödliche Gegner, der im Mittelpunkt der protektionistischen US-Handelsmaßnahmen stehen wird. Die Liberalisierung des Handels war eine Säule eines umfassenden Globalisierungsprozesses, der auch die Freizügigkeit der Menschen auf der ganzen Welt mit sich gebracht hat. Trump hat angekündigt, dass seine erste Amtshandlung am ersten Tag seiner neuen Regierung darin bestehen wird, die Grenze zu schließen. Derzeit kommen jeden Tag mehr als 10.000 Einwanderer aus Mexiko in die Vereinigten Staaten. Trotz der Bemühungen der Regierung Biden hat sich der Kongress lange geweigert, weitere Wirtschaftshilfe für Israel und die Ukraine zu bewilligen, wenn nicht wesentliche Änderungen vorgenommen werden, die diese Massenmigration aus Mittelamerika und anderen Ländern deutlich verlangsamen. Im Wahlkampf macht Trump Bidens Versagen bei der Sicherung der US-Grenzen zum Thema. Er hat seine eigenen Pläne angekündigt, Millionen von illegalen Ausländern in der, wie er es nennt, größten inländischen Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte zusammenzutreiben. In der Vergangenheit gab es immer wieder Zeiten, in denen die Differenzen zwischen Demokraten und Republikanern in wichtigen außenpolitischen Fragen so gering waren, dass man sagen konnte, die Politik hört am Rande des Wassers auf. Dieses Jahrzehnt gehört jedoch nicht dazu. So wenig hilfreich es für außenpolitische Entscheidungsträger und ihre Kollegen im Ausland auch sein mag, die US-Verfassung sieht alle vier Jahre das Äquivalent zu dem vor, was in der Geschäftswelt eine versuchte feindliche Übernahme wäre. Infolgedessen sehen sich Biden und sein außenpolitisches Team bei jedem Thema, von Verhandlungen über das Klima oder den Handel oder die Unterstützung der NATO für die Ukraine, bis hin zu versuchen, Putin, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping oder den saudischen Grundprinzen Mohammed bin Salman zum Handeln zu bewegen, zunehmend gehandicapt. Da ihre Amtskollegen die Versprechen oder Drohungen Washingtons gegen die Wahrscheinlichkeit abwägen, dass sie es in einem Jahr mit einer ganz anderen Regierung zu tun haben werden. Dieses Jahr verspricht ein Jahr der Gefahren zu werden, da Länder auf der ganzen Welt die US-Politik mit einer Mischung aus Unglauben Faszination, Entsetzen und Hoffnung beobachten. Sie wissen, dass dieses politische Theater nicht nur den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten bestimmen wird, sondern auch die folgenreichste Führungspersönlichkeit der Welt. Das war der Text Das gefährliche Warten auf Donald Trump von Graham T. Allison aus dem Rotary Magazin 3 2024 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 aus dem Rotary Magazin 3 2024